Deutschlandfunk, Büchermarkt. Morgen, in der neuen Ausgabe von Studio LCB, liest und diskutiert der Exil-Tscheche und deutsche Schriftsteller Jan Faktor mit Katja Lange-Müller und dem Lektor Oliver Vogel. Trottel, so lautet der Titel seines neuen Buches, das für die Longlist des Deutschen Buchpreises nominiert ist. Katharina Teutsch über Jan Faktor und die Veranstaltung im LCB. Zehn Jahre nach dem Einmarsch der Russen in Prag, im Jahr 1978, betritt ein verliebter Tscheche seine neue Pumpernickel- und Filinchen-Heimat, die DDR. Das war ungewöhnlich, denn Tschechen, die unter den Repressalien des Staates litten, machten sich auf in Richtung Westen. In seinem jetzt erscheinenden Roman Trottel schildert ein schelmenhaft unbekümmter Erzähler, wie es damals so war im Zirkel junger Marxisten und experimenteller Schriftsteller. Die hatte der Autor im berüchtigten Prenzlauer Berg kennengelernt. Die Schriftstellerin Katja Lange-Müller war damals auch dabei und erinnert sich im literarischen Kolloquium an kleine und größere Details. Das Interessante ist ja, wie ein aus dem tschechischen Zuge wanderter Osteuropäer, das Wort Ost zählt in dem Zusammenhang doppelt, glaube ich, sich diese Zeit nochmal ranholt und Blicke auf sie wirft, die teilweise befremdlich sind und teilweise eben sehr vertraut. Und außerdem hat er natürlich im Zuge des Schreibens an diesem Trottelroman uns alle beschäftigt, pausenlos kamen irgendwelche E-Mails, in denen wir uns erinnern sollten, wie Klospülungen funktionierten, insbesondere solche, wo man an Ketten ziehen musste. Das ging um Kofferradios, um all solche extremen Details. Doch bei aller Detailverliebtheit verliert dieser Roman das Große und Ganze nicht aus dem Blick. Das politische, obwohl nicht als solches Thema, schwingt in der Beschreibung des Ostberliner Alltags immer mit. In Prag war der Einschnitt nach 1968 nach dem Einmarsch und in riesigen Säuberungswellen in allen Bereichen einfach Kultur sowieso, aber auch überall. Es waren Millionen, die aus dem Arbeitsleben herausgerissen wurden, samt Familienmitglieder. Das heißt, die Depression und dieser Zerfall aller begabter Entwürfe, das gab es in Ostberlin nicht. Da gab es Brüche, aber sozusagen Kontinuität und ein bisschen Optimismus und intakte Biografien gab es hier noch. Das heißt, es war nicht so kaputt gemacht worden wie in Prag. Und für mich war das dann auch befreiend, weil in Ostberlin jedenfalls war einiges mehr möglich. Ich als jemand, der im Westen groß geworden ist und von der DDR natürlich überhaupt keine Ahnung hat, bei mir ergibt sich ein seltsames Bild über die DDR. Zunächst mal falle ich auf diese Idylle rein und dann merke ich aber, dass das gar nicht idyllisch ist, dass es eigentlich schrecklich ist. Alles ist schrecklich. Und das ist das Seltsame an diesem Buch, dass das zwei schreckliche Themen hat und man sich köstlich amüsiert. Sagte der Lektor Oliver Vogel und spielte damit auf das zweite wichtige Thema des Buchs an, auf den Tod von Faktors Sohn, der sich mit nur 33 Jahren in Ostberlin das Leben nahm. Katja Lange-Müller beschrieb die dem Roman systematisch zugrunde gelegte komische Sicht auf das Leben in all seiner sprachlos machenden Tragik als einen Akt der Notwehr. Die plebäische Komik besteht darin, dass man, wenn du ein kleiner Dünner bist und ein großer Dicker will dir auf die Schnauze hauen, dann hast du eigentlich nur eh eine Chance. Du musst den zum Lachen bringen, dann haut er dich nicht mehr. In gewisser Weise ist es bei Jan dann doch nicht so viel anders. Hochnotkomisch hat das mal jemand genannt. Und das finde ich ganz gut, weil das Wort Not darin vorkommt. Was hier passiert ist, dass die Komik gebunden ist an eine sich selbst entwaffnende Ehrlichkeit auch, mit der das alles erzählt ist. Sein Verleger habe immer mal wieder versucht, den Autor in die Schranken zu weisen. Zum Beispiel, als er ein mit Fußnoten und Werkstattberichten übersähtes Manuskript abgeliefert bekam. Und damit gleich das ganze Making-of eines als trottelig titulierten Romans. Helge Malchow hat mich gewarnt. Das ist nicht so witzig und Leute mögen das nicht, wenn der Schriftsteller darüber schreibt, wie er schreibt. Das kommt nicht so gut an, mach mal ein bisschen weniger. Aber ich habe mich nicht daran gehalten, weil das nicht so ernst ist. Also ich habe vieles sozusagen irgendwie auch ein bisschen lächerlich gemacht oder in Frage gestellt oder irgendwie. Viele nehmen sich viel zu ernst beim Schreiben als Schreiber, als Persönlichkeiten. Womit wir wieder beim Trottel wären. Indem er sich einen Zettel mit der Aufschrift Trottel an die Stirn klebt, bemüht er sich, in mancher durchaus schmerzhaften Erfahrung auszuweichen, was ihm, und das ist das Raffinierte an diesem Stück Literatur, mit vollster Absicht gelingt. Studio LCB mit Jan Faktor. Den Mitschnitt der gesamten Veranstaltung hören Sie morgen ab 20.05 Uhr im Programm vom Deutschlandfunk.